Willkommen zurück zu einem neuen ASMR Video. Schön, dass du da bist. Heute wird das so eine Art, das wird ein Random Trigger Video. Ich war letztens bei Rossmann einkaufen und habe so ein paar Sachen mitgenommen. Und ich dachte mir, ich mache so eine Art Hall bzw. Random Trigger Video. Verschiedene Auslöser, die dir Gänsehaut bereiten sollen. Und ja, du weißt ja schon, alles was du tun musst ist, das dir bequem zu machen. Sei es in deinem Bett, auf der Couch, wo auch immer du dich wohl fühlst. Und vergiss nicht, deine Kopfhörer aufzusetzen für ein etwas anderes Sounderlebnis. Und ja, ich würde sagen, ich lege einfach mal direkt los, was ich mir so gekauft habe. Okay. Okay. Und zwar sind es einmal Maxi-Wattebets von Isana. 100% Baupolle, 40 Stück, weich und fusselfrei. Jägerlich, 100% Baupolle, 40,000,000,000,000,000. Und zwar sind wir, wie du es bei einem Schuss für den Schuss. Mehr als Schuss aufgelen kann. Ich mache die auch direkt mal auf. Ich schreie das an. Dann habe ich hier ein bisschen Nagellackentferner, weil ich habe noch so ein paar Reste auf meinen Nägeln, die ich unbedingt abmachen möchte und das werde ich jetzt tun. Den habe ich nicht frisch gekauft, der ist schon ein bisschen älter. Ich hab mir auch nicht krass. Das ist ein bisschen zu schiefen, aber ich bin zu viele, liebe ich, trotzdem zu schiefen. Ich bin zu schiefen! Ich habe mir etwas über meine Wiese angst, aber ich bin zu schiefen. Also, irgendwie mag ich den Geruch von Nagellack entfernen, aber irgendwie ist es auch immer sehr dominant. Ja, aber gut. Ich muss mal eben bisschen meinen Nagellack entfernen. Ja, aber gut. Okay. Mein Bauch krummelt wieder so ein bisschen. Ich habe auch gerade was gegessen. So, jetzt ist alles weg. Wir waren nämlich gestern essen mit der Praxis und da sind noch so ein paar Nudeln übrig geblieben und die habe ich mir mitgeben lassen. Die habe ich gerade eben gegessen. Okay, dann habe ich mir nochmal ein paar Tapets geholt. Und mein All-Time-Favorite. Ja, ich hole die sonst immer bei dm, dass die ein bisschen günstiger hat. Die hat jetzt 5,99 Euro gekostet. Ähm, und bei dm, keine Ahnung, 5 Wochen, 9,80 Euro oder so. Also, ein bisschen günstiger, aber nicht viel. Und schmecken beide gleich. Ja, aber ich hatte keine Lust zum dm zu fahren, also bin ich nur eben schnell bei Rossmann reingeschwommen. Und die hatten auch Geshe-Mousse. Das mache ich immer mit in meinen Porridge. Okay. Dann, ähm, habe ich mir eine neue Mascara gekauft. Wollte einfach mal gucken, wie die so ist. Das ist, äh, Catrice Cosmetics Glamour Faults Lashes Mascara Waterproof. Scheiße. Ich wollte eigentlich kein Waterproof, aber gut. Black Waterproof. So sieht die Bürste aus, kann man nicht erkennen. Du machst wie ein Beauty-Blogger. There you go. Kann man das sehen? Na, ein bisschen. Ja, ich werde mir jetzt einfach mal die Wimpland duschen. Mal gucken, wie das so aussieht. Ob die Mascara gut ist oder nicht. Mein Bauch. Okay, komplett crazy. Ich hatte noch ein bisschen Trocken-Shampoo auf der Nase. We love it. Okay. Vielleicht kann ich dich auch ein bisschen reinzoomen. Dann kannst du mir ein bisschen zugucken, wie ich meine Wimpland dusche... Sorry, mein Bauch wird extremelig crazy. Okay. So, hier we go. Jetzt nicht Bauch. Null Komma gar kein Fokus, hallo. Oh, nee, so kann ich das nicht. Muss schon einen Spiegel haben. Aua. Aua. Ha, 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 ha. Oh, mein Gott, meine Herr Does. Hm. Okay. Vielleicht schneide ich den Teil raus. Mal sehen. Okay, so leh ich einmal wieder raus. Ah, there you go. Ja, ich habe auf jeden Fall mal das Trockenshampoo von Pomelo ausprobiert. Ich kann es nicht empfehlen. Das ist zwar gut, wenn man Volumen haben möchte, aber ich finde, das fühlt sich so extrem weird an in den Haaren. Aber ja, nicht so meins. Aber Volumen macht es auf jeden Fall. Wenn man da so ein bisschen durchschrubbelt und so, dann macht das Volumen. Sorry, mein Bauch. Ey, ist immer Bauchgeräusche. Bauchgeräusche. Okay. Also, Fazit. Ich finde sie jetzt nicht schlecht. Aber, sie ist leider waterproof. Und ich mag waterproof Mascara. Ich kann euch nochmal kurz reinzoomen. Für die Mädels, die es interessieren. Wenn sie nicht auf jeden Fall ausprobieren, dann kommt es auf jeden Fall. So. Ganz auf jeden Fall. Okay, so gut. ja ups ok ok so was hab ich mir noch so geholt ich hab mir Handschuhe geholt damit wir nochmal ein bisschen ASMR mit Handschuhen machen können blaue Einmalhandschuhe latexfrei ich pack dir auch gleich mal aus dann können wir gleich mal kurz sehen was für die Handschuhe machen was hab ich noch geholt ich hab mir ein Lipgloss geholt Extreme Shine von Essence Volume Lipgloss mal kurz mal kurz mal kurz Sorry, das war ein bisschen laut. Kriegt viel Shisha. Also, der riecht und schmeckt auf jeden Fall ganz gut, ob er jetzt die Lippen ein bisschen voller und größer macht, weiß ich nicht. Sehen wir ja dann, was ich mir noch geholt habe, bis so einen kleinen Kamm. Kleinen Kamm mit dem Spiegel. Und dann kann man den so aus... Ploppen. Ploppen. Und sich die Haare kehren ein bisschen. Ach ja, was ich noch nicht so gut finde an dem Trockenshampoo, meine Haare sind danach todeselektrisiert. Wenn ich so ein bisschen busche, dann ist schon ein bisschen Volumen da. Aber ja, mehr auch nicht. Also, meins ist es jetzt nicht unbedingt. Das war auch schon der Spiegel. Ey, sorry, aber es tut mir so leid, wenn ich so oft schneiden muss. Mein Bauch, der explodiert, wollte ich schon sagen. Der macht die ganze Zeit Geräusche. Es nervt so extrem. Aber gut, ist nun mal so. Dann habe ich mir noch Zahnpasta geholt. So, das ist schnell. Aber dann habe ich noch nicht mehr zu sehen. eigentlich immer eine von Kohlkarte. Reicht völlig. Da muss man sich nichts durchsuchen. Jo. Das. Dann habe ich noch eine Pflegespülung von Isanagol. Isanagol-Spülung Intensivpflege. Intensive Pflegeformel ohne Sine-Kone, Honig und Vanille. Für strapaziertes und geschädigtes Haar. Von Fakt. Ich benutze das nicht für meine Haare, sondern tatsächlich um mich zu rasieren. Und zwar habe ich gemerkt, wenn ich Spülung benutze, dann habe ich danach super weiche Beine und die sind null trocken. Und es lässt sich richtig gut damit rasieren und es gibt auch keine Erdbeerhaut. Ladies, habt ihr das gehört? Keine Erdbeerhaut. Und ich wollte das mal mit der hier ausprobieren. Ich habe das sonst mit meiner Haarkur jetzt letztens ausprobiert. Und das ist mir einfach zu teuer, weil die irgendwie fünf Euro kostet oder so. Und das hier kostet, glaube ich, nicht mal einen Euro. Das. That's it. Ja, dann haben wir gar nicht mehr viel. Ich habe noch diese hier geholt. Kinder Happy Pro. Meine Papa möchte die unbedingt mal wieder essen. Und Mama hat die einfach nicht gefunden im Supermarkt oder so. Deswegen habe ich die bei Rossmann gekauft. Dann überrasche ich meinen Papa morgen und bringe ihm die vorbei. Wir fahren nämlich morgen zu meiner Oma und dann kann ich ihm gleich die mitbringen. Da habe ich zwei Packungen von gekauft. Und was noch? Dann habe ich mir noch eine Hautcreme geholt von La Roche Posay. Keine Ahnung. So wird es höchstwahrscheinlich nicht ausgesprochen. Aber ich wollte die einfach mal ausprobieren, weil ich so super empfindliche Haut habe und ich einfach nicht jede Creme mag. Ich habe schon einiges an Cremes ausprobiert, aber manchmal sind die vielleicht auch so reichhaltig, dass ich halt davon ich weiß nicht so kleine Mini-Pickelchen bekomme oder ich hatte das auch teilweise, dass ich trotzdem so trockene Stellen im Gesicht hatte oder ja, halt sowas. Und ich wollte die mal ausprobieren. Ich habe sie extra noch nicht ausprobiert. Ja, weil ich es halt zeigen wollte. ja, die habe ich mir gekauft und ich hoffe einfach sehr, dass die nicht so ölig ist auf der Haut, aber ich lasse mich da überraschen. Ja, ansonsten das war es schon mit meinem Rossmann Haul mit meinem Random Trigger Video. Ich werde jetzt gleich noch mal Handschuhe anziehen und so ein bisschen Handschuh-Sounds machen. Ich hoffe, dir hat das Video bis hierhin schon mal gefallen und ja, dann verabschiede ich mich gleich aber noch mal richtig. Ich packe jetzt erstmal hier die Handschuhe aus. Ich packe jetzt Ich schaue mich mal ein Stückchen näher an dein Gesicht und dann schaue ich mir dein Gesicht noch mal ganz kurz abschließend ein wenig an, okay? Okay, warte. Genau, komm mal ein bisschen näher, super. Sehr gut. Okay. Stirn ist so weit alles in Ordnung, Haut hier an den Seiten ist okay. Okay. Dir geht es aber sonst so weit gut, ja? Okay. Na, so. Magst du für mich einmal den Mund öffnen? Ich möchte mir auch einmal kurz deine Zähne angucken, nur ganz schnell über Blick, ja? Ah, okay. Ah, okay. Okay, äh... Okay. Sieht so aus, als wenn deine Weißer 10 auf 4, stimmt das? Gut. Dann fangen wir an. Eins, sieben, okay? Eins, sechs, okay? Eins, fünf, eins, vier. Okay. Eins, drei, eins, zwei, eins, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, 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 drei, zwei, vier, okay? Okay, sehr schöne 10 hast du. Was hatte ich jetzt? Zwei, drei, okay? Zwei, vier, okay? Zwei, fünf, zwei, sechs, und zwei, sieben, okay? Sehr, sehr gut. Machen wir unten weiter, ja? Ich fange jetzt an unten links. Drei, sieben, okay? Drei, sechs, okay? Drei, fünf, drei, vier, drei, 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 zwei, drei, eins, vier, eins, vier, zwei, vier, drei, okay? Sehr, sehr gut. Vier, 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 fünf, vier, sechs, vier, sieben, okay? Acht, vier, alles klar, alles in Ordnung mit deinen Zehen, wirklich? Und generell siehst du heute grandios aus. Okay, das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Und falls ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Außerdem würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüß.